Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten von Wetter.net. Viel zu warm und viel zu trocken. Der Trend der letzten sechs Monate setzt sich anscheinend auch in November fort. Denn an der Großwetterlage ändert sich nicht viel. Wir bleiben überwiegend unter Hochdruckeinfluss. Zu dieser Jahreszeit führt das allerdings zu dichtem Hochnebel, der sich zum Teil ziemlich hartnäckig hält. Dazu bekommen wir es auch noch mit sehr milder Luft zu tun. Und so geht es dann deutlich rauf mit den Temperaturen. Montagabend haben wir es dann vor allem Richtung Bieser-Emsland mit ein paar dichteren Wolken zu tun. Ganz vereinzelt könnten hier sogar einige Tropfen mit dabei sein. Sonst funkeln, verbreitet die Sterne. Doch im Laufe der Frühstunden bildet sich dann erneut zäher Hochnebel, der sich dann auch ziemlich hartnäckig hält. Die Tiefstemperaturen gehen dabei auf Werte meist zwischen 5 und 8 Grad zurück. Und so startet dann der Dienstag selbst verbreitet neblig trüb. Doch im Laufe des Tages kann sich dann vor allem in der Osthälfte die Novembersonne recht häufig zeigen. Dort, wo die Sonne am längsten lacht, geht es dann auch noch deutlich rauf mit den Temperaturen. Vereinzelt erreichen wir sogar bis zu 19 Grad. Ganz selten könnten sogar bis zu 20 Grad mit dabei sein. Deutlich kühler dagegen bleibt es nur direkt an Nord- und Ostseeküste. Und daran wird sich dann auch bis zum Feierabend nicht viel ändern. Vielerorts kann sich die Sonne recht häufig zeigen. Mancherorts hält sich der Hochnebel ziemlich hartnäckig. Mit Hochnebel haben wir es dann auch noch weiterhin am Mittwoch zu tun. Später kann sich allerdings auch wieder am Mittwoch die Novembersonne recht häufig zeigen. Am Donnerstag bekommen wir es dann mit ein paar mehr Wolken zu tun. Vereinzelt sind sogar einige Tropfen mit dabei. Insgesamt bleibt allerdings das Wetter auch am Freitag viel zu trocken und viel zu mild für diese Jahreszeit. Das war's von den Wetteraussichten. Nähere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter wetter.net.